Advent, die lichtvolle Zeit Es erstrahlen die Lichter in den Häusern und Straßen. Es wird still im hellen Schall. Die Herzen der Liebe sind erwärmt, denn dort kehren die Lichter ein. Lass es leuchten in dir. Lass es leuchten in dieser Zeit und strahle wie der helle Schein zur Vorbereitung auf das Fest der Liebe, der wundervollen Weihnachtszeit. Ich wünsche euch eine friedvolle Adventszeit. Und grüße mit einem Namaste. Eure Sanara Angelika